Herzlichen Dank, Herr Handbuch, Kreis Jubeln auf Schluss, also auch jetzt drei Jungen, zwei Jungen mit drei Jungen. Den einen habe ich noch gesehen, der eben jetzt gekommen ist, der Ortsvorsteher von Alten-Kronau, sage ich, auch ein Ehrenamt und gestern ist gefeiert worden, Trümpfer ein, Alten-Kronau, 100 Jahre, 1911 und Geburt des Engels, Glückwunsch, den Namen aller Anliegen. Applaus Ja, das sieht so aus, also die Größe einer Schildkarte. Das ist so aus, also die Größe einer Schildkarte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.